Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Happy Wheels und heute werden wir uns euren Levels widmen. Und wir starten mit Paluten-Fail von Chuck Norris 2404 vom 29.12, also noch aus dem letzten Jahr. Da sind sogar noch ein paar Levels aus dem vergangenen Jahr vorhanden. Und entweder bilde ich mir das gerade nur ein, es laggt ein wenig, beziehungsweise rückgelt. Wow, ah, okay, jetzt kann ich mir schon denken, weshalb das ist. Irgendwann ist auch der Happy Wheels Browser mit den Sachen überfordert und jetzt kriegen wir hier ordentlich Speed drauf, aber schaffen das Level in 9,86 Sekunden. Da haben wir aber Glück gehabt. Und da, wie viele Raketen da waren oder Jetpacks. Und das nächste Level von Paluten-Fan. Paluten-Quiz, hier ist ein Level für dich Paluten, bitte spiele es. Danke, dass du dieses Let's Play machst, dadurch habe ich dieses genial, makabre Game entdeckt und mache so weiter. Ja, vielen Dank für die Blumen, dann schauen wir uns doch dieses Quiz mal an. Hallo Paluten, hier ist ein kleines Quiz für dich. Okay, welche der folgenden Leute sind keine Let's Player? Gronkh ist definitiv einer. LeFloid hat auch einen neuen Channel in puncto Games eröffnet, aber ich glaube, Fred hat nie was mit Let's Plays am Hut gehabt. Gut, jetzt fallen wir hier, werden aber durch die Raketen abgebremst. Ich nenne sie einfach mal Raketen. Gut, nächste Frage. Welche der folgenden Leute hat am wenigsten Abos? Paluten, Alika Schröder oder Chillith the Bro? Ich gehe mal davon aus, dass es Chillith Bro... Tut mir leid, wenn ich deinen Namen komplett falsch ausspreche. Du kannst ihn ja nochmal irgendwie richtig hinschreiben, wie man das auch spricht. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das bist. Denn wie gesagt, ich habe auch deinen Namen schon des Öfteren in den Kommentaren gelesen. Und es waren immer nette und ich weiß jetzt gerade nicht, wieso uns die Arme abgeflogen sind. Aber nun gut. Welche der folgenden Leute sind vollkommen populär in Amerika? Äh, Fred? Ne, ich bin nicht populär. Genauso wage ich es auch stark zu bezweifeln, dass Gronkh dort sonderlich populär ist, da er keine Sachen auf Englisch macht. So, dann cruisen wir hier mal weiter. Ähm, schön, dass du so weit gekommen bist, aber diese Frage schaffst du nicht. Welche der folgenden YouTuber bin ich? Hm, das ist jetzt natürlich sehr schwer. Nein, Paluten bist du nicht. Ja, du bist... Chilleth Bro, chill the bro, I don't know. Keine... Äh, ja, du bist das bestimmt. Und jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Und da vorne ist schon das Ziel. Wunderbarski. Vielen Dank, Paluten-Fan, für dieses Quiz. Paluten-Pogo-Kurs. Chuck Norris, du seist verflucht. Nein, kein Fluch. Aber Pogo-Stick, oh Leute, das wird doch wieder nichts. Es sei denn, es ist super einfach. Aber sobald da irgendwelche größeren Sachen erfordert werden, verkacke ich das und das Level will nicht mal laden. Doch jetzt, mein letztes Level war ein bisschen zu einfach, deswegen mal wieder was mit deinem Lieblingscharakter. Ja, danke Chuck Norris. Das freut mich sehr. Jetzt sind hier noch so... Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh nee. Das kann doch schon wieder nichts werden. Und dann muss ich mir wieder anhören, dass ich das nicht kann. Ja, okay, das stimmt natürlich auch, aber... So. Jetzt nur... Ganz wenig springen. Komm schon, komm schon. Nicht da runterfallen. Nein. Oh, jetzt haben uns diese Dinger getötet. Okay, Leute, ich sage auch jetzt schon, ich mache noch zwei Tris. Es tut mir wirklich leid für den... Nein, okay, drei... Nochmal zwei Tris. Es tut mir wirklich leid für den erst schneller, aber ich bin einfach so ein Noob. Und jetzt... Habt ihr das gesehen? Jetzt hat mich auch noch das Jackpack behindert. Ich bin einfach unheimlich schlecht mit dem Pogo-Stick, man. Noch schlechter als mit den anderen Charakteren. Und... Okay, jetzt noch ein, zwei, drei, Sprung. Ich... Ich sage... Oh Mann. Ich muss das rausschneiden. Oh nee, ey. Aber egal, ich schneide nichts... Na, oh Gott. Ich schneide nichts in mein Let's Plays raus. Das werde ich auch so weiter behalten. Ach, komm schon. Okay, letzter Try. Nein, jetzt fallen wir doch hier schon wieder. Nein, jetzt aber. Wunderbar. Wie gesagt, ich schneide nichts in mein Let's Plays raus. Deshalb... Oh nee, Chuck Norris, sei mir bitte nicht böse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein super geiles Level ist. Ich schaffe es einfach nicht. Paluten Quiz 2. Hier wieder ein kleines YouTuber Quiz. Ich hoffe, es gefällt dir und macht in diesem Jahr so weiter wie vorher. Viel Glück, aber das brauchst du nicht. So, dann gucken wir doch mal, was für Fragen uns dieses Mal gestellt werden. Hey Paluten, hier ist ein weiteres Level für dich. Wieder ein Quiz. Ach, und übrigens, du kannst die Turbine am Rollstuhl mit Steuerung und Shift drehen. Ja, das hatte ich das eine Mal schon gesehen. Okay, jetzt. Welche der folgenden YouTuber hat kein Let's Sing oder Music Video gemacht? Hat Gronkh mal gesungen? Also White Titi bestimmt. Oder Pete Smith? Aber warte mal, White Titi macht doch... Warte mal, kein Let's Sing? Tut mir leid, glaube ich muss gerade... Kein Let's Sing oder Musik Video gemacht. Jetzt muss ich scharf überlegen. Kurze Sekunde. Hey, White Titi hat auf jeden Fall schon ein Musik Video gemacht. Und Gronkh war bestimmt auch schon in irgendeinem zu sehen. Und bloß... Obwohl... Pete Smith? Egal, nehmen wir die... Obwohl die goldene Mitte... Na, egal, wir gehen hier runter. Komm schon. Oh, das war's mit dem Sohn. Und es war scheinbar richtig. Kein Glück gehabt. So, dann fahren wir doch hier mal weiter. Welcher der folgenden YouTuber macht News? Flip Floyd? Ja, also es ist ja eine Floyd. Warte mal, macht keine oder macht welche? Äh, macht... Okay, dann ist es definitiv LeFloid. Obwohl, Flip Floyd ist, glaube ich, sein... Nein, 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 jetzt nicht bei Ale... Boah, nein. Äh, okay. Ähm, nein, nicht darunter. So. LeFloid macht auf jeden Fall sowas wie Philip DeFranco. Also wie Sexy Phil. Das ist die englische Ausgabe davon. So, dann gucken wir doch hier mal weiter. Bloß nicht in irgendeiner Weise noch drauf gehen. Achso, hier fallen wir einfach durch. Welcher... Welchen YouTuber mag ich am liebsten derzeit? Gronkh? LeFloid? Paluten? LeFloid? Gronkh? Gleich toll. Ja, das hört sich... Das hört sich solidarisch an. Also, sogar richtig. Ich bin einfach der Quizmaster. Auch wenn einige von euch jetzt sicherlich sagen werden... Boah, du hast die Level bestimmt alle schon vorher gespielt. Nein, hab ich nicht. So, dann schauen wir doch mal weiter. Paluten-Troll. Der, der weiß, wo du wohnst. Hi, Paluten. Dieses Level ist sehr simpel. Aber wird dir auf den Geist gehen. Freue mich schon, das Video anzuschauen, wenn du dieses Level spielst. Hm, da bin ich ja... ...gespannt. Oh, nein. Ähm. Okay, toll. Wie komm ich denn da... Oh, ja. Warte mal. Langsam, aber sicher, kommen wir doch da hin. Komm schon. Los. Oh, ja. Das Video geht dann mal 20 Minuten. Obwohl, wir kommen gar nicht so langsam voran. Ja, der, der weiß, wo du wohnst. Victory für Paluten. Komm schon. Nein, wir robben jetzt wieder zurück. Was hab ich denn eben... Ach, doch jetzt. So, wunderbar. Steh dich aber sicher. Robben wir uns ins Ziel. Komm schon. Komm schon. Oh, yeah. Komm schon. Sind doch nur noch ein paar Millimeter. Victory in 40,43 Sekunden. Strike. Und das letzte von Let's Play Nigo. Paluten Adventure. Hallo Paluten. Wie man hier sehen kann, hab ich ein Level für dich gemacht. Enjoy. Das Level ist total billig gemacht. Das schauen wir uns das aber trotzdem an. Und das hat ja auch nichts zu tun, wenn das Level billig gestaltet ist. Solange das Spaß macht, ist es mir eigentlich relativ egal, ob das jetzt super tolle Grafiken oder so hat. Und ich bin ja eher so der Typ für Levels, die machbar sind und irgendwie möchte dein Level nicht laden. LP Nigo. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, weil die Seite wahrscheinlich ein wenig rumzickt. Wir warten nochmal ein, zwei Sekunden. Und, ähm, das ist auch schon das letzte Level, was wir heute von den, ähm, oder von euch kommt. Jetzt hab ich hier wieder mal ein kleines Problem, weil das Level nicht laden möchte. Das ist wirklich mehr als nervig und schade. Na komm schon, Level. Die anderen haben doch auch funktioniert. Was ist denn das Problem jetzt gerade bei diesem Level? Level. Aber ich kann ja nochmal allgemein was sagen. Ich freu mich wirklich jedes Mal über die, äh, wenn mir jemand Levels erstellt. Ich hab das, glaub ich, schon zwei, dreimal gesagt, aber ich wiederhole mich da gerne noch einmal. Ähm, ich find das immer sehr nett von euch, dass ihr eure Zeit opfert, ähm, um mir Levels zu erstellen. Das find ich, äh, wirklich sehr, sehr nett. Und, äh, dafür möchte ich mich auch sehr bei euch bedanken. Und jetzt hab ich hier schon wieder eine Minute gequasselt und hier passiert nichts. Das heißt, ich werd einfach mal die Seite nochmal neu starten. Und dann wird das Level auch hoffentlich laden. So, und da kommt schon. Loading Sounds. Und das dauert schon wieder relativ lang. Da merkt man schon, dass die Seite ein bisschen beschäftigt ist. Und da kommt der Opa im Rollstuhl. Jetzt müssen wir nochmal Level nehmen, paar looten. Und dann, äh, hoffentlich lädt das jetzt nicht auch wieder so lang. Denn ansonsten geht mir der Gesprächsstoff aus. Oh nö, ich möchte doch nur eure Levels spielen. Ist das denn zu viel verlangt? TotalJerkFace.com Wäre doch wirklich eine nette Geste von euch, wenn das jetzt hier funktionieren würde. Wunderbar. Oh, hier ist sogar wieder... Hier sind noch... Ne, hier sind nochmal zwei Levels hinzugekommen von Chuck Norris. Die sind aber brandneu. Jetzt aber erstmal Paluten Adventure von Let's Play Nego. Komm schon, bitte lade. Ansonsten muss ich das einfach auf die nächste Folge verschieben, denn, ähm, dann scheint die Seite mal wieder nicht wirklich zu funktionieren. Also da ist jetzt... Jetzt seht ihr das auch mal live, dass es einfach nicht funktioniert. Sozusagen live. Und, ähm, das tut mir wirklich leid für LP Nego, oder Let's Play Nego, und für Chuck Norris, 2404, der auch wieder zwei Level erstellt hat. Ich glaube, das waren aber zweimal die gleichen, ich weiß nicht genau. Aber da stand, ähm, Paluten Run. Ich hoffe mal, Chuck Norris, dass das kein Pogo Level ist. Nein, nur Spaß. Ich bin, wie gesagt, einfach nur total schlecht in diesem Pogo Run. Und, ähm, das Ganze entwickelt sich zum Ende hier mal wieder zu einem Desaster. Und jetzt habe ich das kurz refreshed wieder mal. Und es war nicht so, normalerweise, ihr habt ja eben kurz diesen Bildschirm gesehen, dass da stand, oh, sorry, there was a problem. Das ist immer, wenn das nicht richtig lädt und man, ähm, refresh das Ganze so. Das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Ansonsten muss ich das hier leider abbrechen. Und, äh, dann werde ich mich, äh, morgen nochmal mit den Levels beschäftigen. Vielleicht mal ein bisschen früher anfangen. Ähm, sodass die Seite dann vielleicht noch nicht ganz so überlastet ist. Ich bin wirklich der, dem es am meisten leid tut, dass es hier nicht richtig funktioniert. Denn, äh, ihr sitzt jetzt davor und denkt euch auch so, wow, wann funktioniert das? Wollt ihr doch hier ein schönes Let's Play sehen und was bekomme ich hier? Und, wo sind denn jetzt auf einmal die Level hin? Hört er sie wieder gelöscht? Nun gut. Ähm, jetzt möchte ich hier aber erstmal, ähm, Palooken Quiz, Palooken Trollen. Wo ist denn das eine Level hin? Ähm, this month? Hä? Ach, jetzt muss ich das schon wieder eingeben. Sorry, Leute, das ist alles wieder ein bisschen konfus. Ähm, wo ist denn jetzt das Level hin? Palooken Trollen, Palooken Quiz? Hm, das ist jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wie gesagt, Elpinigo, ähm, ich werde dein Level beim nächsten Mal auf jeden Fall zocken. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen angenehmen Tag noch. Sorry für dieses weitere Let's Fail Happy Wheels. Aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein! – Bis dahin!